Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Rund um Marius Bülter gab es ja gestern interessante Neuigkeiten, denn sein Wechsel zu TSG Offline steht nun endgültig vor dem Abschluss. Wir reden natürlich dann nochmal über die mögliche Ablösesumme und eben auch, wann der Deal offiziell gemacht werden könnte. Es gibt zudem ein neues Gerücht um Carlo Holze. Er könnte für unsere Offensive kommen. Und Florian Flick wird deutlich offensiv vom 1. FC Nürnberg angesprochen und er könnte wohl tatsächlich endgültig dorthin wechseln. All das und mehr haben wir hier und heute bei den aktuellen S04 News. Legen wir aber erstmal los mit dem Blick auf unser aktuelles Personal, denn auch das ist meiner Meinung nach immer wieder interessant in der Vorbereitung. Wer ist eigentlich aktuell alles dabei? Wer fehlt? Was gibt es dort für Probleme? Und am heutigen Donnerstag um 18 Uhr ist ja für uns Schalker das zweite Testspiel angesagt. Es geht ja gegen den 1. FC Bocholt. Und genau bei diesem Spiel werden Rodrigo Salazar und Kenan Karaman krankheitsbedingt fehlen. Bei Rodrigo Salazar hat das nichts mit einem möglichen Wechsel zu tun. Beide haben einfach einen fieberigen Infekt und stehen deswegen nicht zur Verfügung. Zuletzt waren sie ja noch mit ihren jeweiligen Nationalmannschaften unterwegs seit Beginn der Woche. Ja auch zurück in Gelsenkirchen. Aber für hier und heute werden sie erstmal ausfallen. Zudem sind ja auch noch Henning Matriciani und Ibrahima Cissé nicht mit dabei. Cissé ist ja noch beim U23 Afrika Cup. Da gab es ja auch News darüber, dass er sich dort womöglich etwas schwerer verletzt hat. Das ist aber laut der VATS nicht so. Ibrahima Cissé hat keine strukturelle Muskelverletzung. Er wurde einfach nur im Halbfinale entkräftet ausgewechselt. Also da gibt es auf jeden Fall eine leichte Entwarnung. Und Henning Matriciani, der ist ja noch im Urlaub nach der EM mit der U21. Somit sieht es auf jeden Fall in Sachen Personal wirklich gut aus. Klar, bei Ralf Fährmann muss man nochmal ein bisschen abwarten. Er wird heute logischerweise noch nicht spielen können. Aber es ist ja schon mal positiv, dass wir in der frühen Vorbereitung zumindest mal keine krassen Verletzungen jetzt schon irgendwie dabei haben. Wäre ja eigentlich schon wieder gefühlt typisch Schalke gewesen. Das geht auf jeden Fall bis hierhin in die richtige Richtung. Und in die richtige Richtung geht es aktuell auf jeden Fall auch für Marius Bülter. Denn er will zur TSG Hoffenheim und er geht zur TSG Hoffenheim. Gestern gab es eine Einigung zwischen Schalke und der TSG. Und deswegen wird der Deal auch zeitnah über die Bühne gehen. Und damit gibt es natürlich aber auch schon reichlich Informationen über diesen möglichen Deal, wie er denn genau ausschaut. Und ich denke mal, ihr habt ja wahrscheinlich schon viel mitbekommen rund um Marius Bülter. Es wird ein Ablösepaket von mehr als 4 Millionen Euro, was wir für unsere Nummer 11 bekommen. Und der Wechsel wird zeitnah fix gemacht. Soviel also erstmal zu den reinen Fakten. Und jetzt gehen wir nochmal ein bisschen tiefer rein. Denn sowohl Sky als auch Watz, natürlich auch alle anderen deutschen Medien, sind logischerweise darauf eingegangen. Haben uns ein paar Informationen geliefert. Und eigentlich sind sich alle grundsätzlich einig. Jetzt bekommen wir für Marius Bülter circa 3 Millionen Euro als Festablöse. Sprich als garantierte Summe, die wir direkt aufs Konto sozusagen bekommen als FC Schalke 04. Und eine weitere Million kann dann durch stark leistungs- und erfolgsorientierte Bonuszahlungen hinzukommen. Und diese Bonuszahlungen, die sind wohl auch sehr, sehr realistisch zu erreichen. Das sind Bonuszahlungen, die an realistische Ziele geknüpft sind. Und vor allem die Einsätze in der kompletten Laufzeit sollten eben dann dafür erreicht werden. Und dann würde eben auch Schalke diese angepeilten 4 Millionen Euro bekommen. Und Marius Bülter selber, der bekommt in Hoffenheim einen 3-Jahres-Vertrag und verdient laut Sky dort dann deutlich über 1 Million Euro. Und auch da wurde nochmal bestätigt, Schalke bekommt dann insgesamt Bonuszahlungen bei den gewünschten 4, 4 bis 5 Millionen, also 4 bis 4,5 Millionen. Irgendwo in dem Bereich knapp über 4 Millionen Euro kommen wir eben dann auch am Ende raus. Und das gibt jetzt tatsächlich diese Einigung zwischen Bülter und Hoffenheim ja schon länger. Und nun eben auch zwischen Schalke und Hoffenheim. Innerhalb der nächsten Stunden wird eben dann auch Marius Bülter den Medizin-Check absolvieren. Also auch er wird mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit dann heute gegen Bocholt auch nicht mehr mit dabei sein. Und somit ist die ganze Geschichte nahezu fix. Und ich denke mal, wir können entweder heute oder morgen davon ausgehen, dass das auf jeden Fall über die Bühne geht. Und ich denke mal, Marius Bülter selber kann man diesen Wechsel durchaus gönnen. Klar, wir wissen alle, Hoffenheim und Schalke sind emotional gesehen, so krass weit auseinander, dass das natürlich bei manchen Fans ein bisschen komisch rüberkommt, dass Bülter zu TSG Hoffenheim wechselt. Aber wenn man mal auf den Typen Bülter selber draufschaut, kann ich ihm da 0,0 irgendwas Böse nehmen. Wenn er halt jetzt für Hoffenheim spielen will, soll er es machen. Ist okay, denn auf der anderen Seite müssen wir Schalke auch einfach mal dankbar sein für einen solchen Spieler. Denn für mich stand Bülter vor allem auch in der 2. Liga-Saison schon sehr im Schatten von Simon Terodde, wo er gar nicht mal so eine krasse Beachtung gefunden hat, wie eben jetzt in der Rückrunde. Und er kam zu einem Zeitpunkt zu uns auf Schalke, wo unglaublich viel unsicher war. Er kam aus der Bundesliga von Union Berlin. Und auch wenn er dort in seiner 2. Saison nicht die größte Rolle gespielt hat, muss man dann auch erstmal in die 2. Liga wollen. Er hat Gehaltsabstriche in Kauf genommen. Er hat alles für unseren Verein gegeben, sowohl in Liga 2 als auch in Liga 1. Und während der Hinrunde und auch zum Start dieses Jahr gab es ja auch von vielen Fans Kritik an Marius Bülter. Und da ist er trotzdem immer wieder rausgekommen, hat immer wieder seine Leistung gebracht. Und deswegen sage ich, wenn der Wechsel dann offiziell wird, Marius Bülter wirklich unglaublichen Dank für all das, was er für uns getan hat. Und damit ist die ganze Geschichte dann eben auch leider vorbei. Aber aus seiner Sicht natürlich auch nochmal verständlich, wenn er eben mit 30 Jahren weiter in der Bundesliga spielen will, plus einen guten Vertrag unterschreiben möchte. Klar, jetzt sagen die anderen, ja gut, aber Schalke hätte ja ihm auch mehr Gehalt bieten können. Natürlich hätte man das irgendwie machen können. Ob es aber dann realistisch gewesen wäre, ist nochmal eine andere Geschichte. Ich sage auf jeden Fall, Marius Bülter habe ich unglaublich gefeiert auf Schalke. Toller Typ, der mit seinen Toren und seinen Vorlagen, aber für mich auch mit seiner Mentalität auf jeden Fall wichtig war und der natürlich auch schwer zu ersetzen ist. Aber auch hier, und das hört man ja auch dann von allen Medien, Schalke hat da auch wirklich sehr, sehr gut verhandelt. Und dann müssten wir jetzt auch nicht, wir Fans immer wieder sagen, ja man hätte ja auch 5 oder 6 Millionen Euro kriegen können. Das wäre nicht realistisch gewesen und 4 Millionen Euro im Gesamtpaket ist schon wirklich ein sehr, sehr guter Deal und somit können meiner Meinung nach damit auf jeden Fall nahezu alle Parteien auch zufrieden sein. Und wenn wir natürlich dann dieses Geld für Bülter bekommen, können wir sicherlich auch davon ausgehen, dass noch ein paar Neuzugänge kommen. Es gibt natürlich noch vor allen Dingen Baustellen in der Abwehr, aber es gibt doch einen neuen Kandidaten für die Offensive mit Carlo Holze. Ich hoffe, ich spreche ihn halbwegs richtig aus. Kommt aus Dänemark, 24 Jahre jung, ist im offensiven Mittelfeld zu Hause und spielt aktuell bei Rosenborg. Dort kommt er aktuell auf 9 Spiele, 2 Tore und eine Vorlage. Und Carlo Holze ist ein flexibler Mittelfeldspieler, kann eigentlich alles spielen, Flügel, offensives Mittelfeld, zentrales Mittelfeld, sprich 10er und 8er und wäre somit ein durchaus interessanter Kandidat, wenn vor allem Rodrigo Salazar geht. Denn die Position kann er vor allen Dingen auch eher begleiten und hat einen Marktwert von 2,5 Millionen Euro. Sein Vertrag läuft noch anderthalb Jahre. Und er wurde jetzt mal von einem professionellen Scout aus Skandinavien mit Schalke in Verbindung gebracht. Also eine Quelle, die ich persönlich sehr, sehr schwer einschätzen kann. Ich habe euch rechts oben mal die Quelle hingeschrieben, so ist sein Twitter-Name. Also ja, das ist auf jeden Fall natürlich schwierig zu sagen, ob es jetzt da irgendwas dran ist oder nicht. Denn das Gerücht um Carlo Holze wurde ja schon mal vor ein paar Tagen ins Spiel gebracht. Da hat auf jeden Fall Sky gesagt, dass die ganze Geschichte nicht stimmt. Jetzt ist die ganze Geschichte aber nochmal aufgetaucht. Das heißt, jeder muss für sie selber bewerten, was da dran ist oder was da nicht dran ist. Ich halte es für eher unwahrscheinlich. Aber was auf jeden Fall natürlich interessant ist, ist die Diskussion über genau einen solchen Spielertypen. Und deswegen habe ich das Ding auch nochmal hier mit reingenommen. Denn Carlo Holze ist jemand, der über hohes Tempo verfügt, über eine richtig gute Technik und sehr, sehr laufstark ist. Also schon Fähigkeiten noch mitbringt, die durchaus zum Thomas-Reichs-Fußball auch erst recht in der 2. Bundesliga passen. Ist ein Kreativspieler, der natürlich jetzt keine Megascorer-Werte hat. Aber auf jeden Fall noch jung ist mit seinen 24 Jahren und natürlich auch noch weiteres Entwicklungspotenzial mitbringen. Also sollte uns auch neben Marius Bülter noch Rodrigo Salazar verlassen, dann wird ja in der Offensive auf jeden Fall auch im Zentrum nochmal nachgelegt. Und dann wäre sicherlich ein solcher Spielertyp, der auch mal auf A8 spielen kann im 4-3-3, auf jeden Fall schon sehr interessant. Trotzdem grundsätzlich das Gerücht wohl eher unwahrscheinlich. Deutlich wahrscheinlicher ist dann schon eher das Gerücht mit Florian Flick und dem 1. FC Nürnberg. Denn dort gibt es schon sehr, sehr offensive Aussagen der Verantwortlichen vom FCN. Denn laut den Nürnberger Nachrichten ist sich Florian Flick bereits mit dem 1. FC Nürnberg einig. Kaiserslautern und auch ein weiterer Zweitligist sind offenbar aus dem Rennen raus. Flick könnte tatsächlich zum 1. FC Nürnberg zurückkehren und uns eben auch dann endgültig verlassen. Nürnbergs Sportdirektor Olaf Rebbe hat auch bereits bestätigt, die Verhandlungen mit Schalke haben begonnen. Und ganz interessant, deren Sportvorstand Dieter Hecking, der hat es nochmal ganz, ganz offensiv formuliert. Wir sind in guten Gesprächen. Der Spieler möchte zu uns. Jetzt müssen wir noch mit Schalke eine Lösung finden. Und meiner Meinung nach ist es auf jeden Fall okay, dass Nürnberg hier Interesse hat. Dass auch ein Wechsel wahrscheinlich ist, kann man sich ja sehr, sehr gut vorstellen. Weil Flick anscheinend jetzt nicht die Nummer 3 hinter Seguin und Schallenberg sein möchte. Wobei ich mir auch dann vorstellen kann, dass er trotzdem auf gute Spielpraxis bei uns kommt. Und auch die Chance hätte, sich dort festzuspielen. Vielleicht auch in einem 3er Mittelfeld, je nachdem wie man es eben auch taktisch mal angehen möchte. Aber er selber sieht sich womöglich in Nürnberg. Und wir Schalke haben natürlich auch ein sehr, sehr gutes Verhältnis zum FCN. Trotzdem finde ich jetzt diese sehr, sehr offensiven Aussagen von Hecking und Rebbe nicht ganz so optimal eigentlich für sie selber im Verhandlungsprozess natürlich ordentlich Druck machen auf uns. Dass natürlich Flick auch unbedingt zu Nürnberg möchte. Aber klar ist es am Ende auch, damit sinkt sicherlich auch nicht der Preis. Also Schalke wird Florian Flick nicht verschenken. Ich denke mal schon, dass wir über ein Ablösevolumen zwischen 1 und 2 Millionen Euro auf jeden Fall liegen. Und trotzdem fände ich es schon schade, wenn wir Flick abgeben. Denn ich bin der klaren Meinung, hinter Schallenberg und Seguin brauchen wir auf jeden Fall noch einen dritten starken Mann. Und das ist für mich nicht Danny Latzer. Das ist für mich auch nicht Niklas Tauer. Die kann man auf jeden Fall beide behalten im Kader, weil sie beide nicht wehtun. Bei Tauer sagen ja viele, Laie auflösen wäre am besten. Das sehe ich grundsätzlich ähnlich. Aber aus Schalkers Sicht sehe ich gar keinen Bedarf, jetzt Tauer zwingend abzugeben, weil er dafür einfach defensiv sehr flexibel ist, wahrscheinlich nicht zwingend viel kostet und zumindest mal in diesem weiteren Laie ja für uns einfach nur eine sehr, sehr gute Alternative für die Kaderbreite ist. Aber hinter Schallenberg und Seguin ist es halt dann schon qualitativ sehr, sehr dünn. Klar, Anassan Uderaogo wird hoffentlich auch viel Spielpraxis bekommen. Das hoffe ich persönlich auch, aber trotzdem braucht es hinter Schallenberg und Seguin einen starken Mann. Und genau das könnte ja Florian Flick mit seinen Qualitäten sein. Ich mag ihn sehr als Spieler und wenn er dann eben geht, dann muss da sicherlich schon eine gute Ablösesumme her. Denn für mich ist klar, dann muss eben auch dort nochmal wirklich nachgelegt werden. Sehr interessante Personalie. Nürnberg äußert sich hier schon sehr, sehr offensiv. Und somit kann man sagen, Nürnberg und Flick sind sich einig. Jetzt müssen sich noch Schalke und Nürnberg einigen. Und dann könnte hier der nächste Transfer fix gemacht werden. Und jetzt könnt ihr mal gerne eure Meinung zu den ganzen S04 News in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker.